Wir sind heute in Gosau beim Outdoor-Seminat der Jungen Akademie des Freiheitlichen Bildungsinstituts und sehen wir uns an, was die jungen Teilnehmer alles erwartet. Heute sind wir mit den Mountainbikes im Gelände unterwegs. Morgen am Vormittag geht es in den Glettersteig, eine spannende Aktivität und den Abschluss des Wochenendes bildet dann eine Raftingtour. Besonders gut gefällt mir, dass wir Jungpolitiker unter anderen Umständen als sonst zusammenkommen, nicht im Lehrsaal, sondern in der freien Natur. Das Outdoor-Seminar ist jedes Jahr wieder sehr spannend. Man trifft die Absolventen der letzten Jahrgänge. Man kommt mit den jungen neuen Gesichtern in der Freiheitlichen Partei vom aktuellen Jahrgang zusammen. Heute sind wir wieder in Glettersteigerinnen, wie jedes Jahr. Eine super spannende Geschichte, ziemlich eine Selbstüberwindung, muss man ehrlich sagen. Spannende Outdoor-Aktivitäten, die allesamt das Eines gemeinsam haben. Sie stärken die Teambilder, die das Wiedeinander, das gemeinsam etwas erlebt und durchgestanden sind.